Ich möchte Ihnen im Rahmen unseres heutigen Videos einen neuen Baustein-Typ vorstellen, den wir in dieser Form noch nicht kannten, nämlich den sogenannten Flankendetektor-Baustein. Dieser Baustein macht genau das, was der Name sagt. Er erkennt Flanken, das heißt Änderung eines Signals von 0 auf 1, steigende Flanke, oder von 1 auf 0, fallende Flanke. Wofür brauche ich das? Dazu wollen wir uns ein typisches Beispiel angucken und das dann auch programmieren und ausprobieren. Ich brauche das beispielsweise für eine Richtungserkennung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht nur erkennen möchte, ob ein Motor läuft, sondern in welcher Richtung er sich dreht. Oder links rum oder rechts rum. Oder, und das ist das Beispiel, was wir uns genauer angucken wollen, wenn ich nicht nur Autos zählen möchte, die eine Straße passieren, sondern auch in welche Richtung die fahren. Ist wichtig beispielsweise für Parkplatzverwaltung, wenn ich wissen möchte, wie viele Wagen sind aktuell auf einem Parkplatz, dann muss ich wissen, wie viele Wagen sind draufgefahren und wie viele sind runtergefahren. Über die Differenz weiß ich dann, wie viele Wagen draufstehen. Dazu muss ich wissen, in welche Richtung sich ein Wagen bewegt. Gucken wir uns das Ganze zunächst mal in der Theorie an, bevor wir anfangen zu programmieren. Also, wir haben hier unsere Straße, wir haben ein Fahrzeug, dieses rote Auto, das kann in zwei Richtungen fahren. Von links nach rechts fährt Richtung A und von rechts nach links fährt Richtung B. Wenn ich jetzt nur wissen möchte, wie viele Autos haben die Straße passiert, dann würde es ausreichen, wenn ich eine einzige Lichtschranke dahin bauen würde und jedes Mal, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, zählt ein Zählerbaustein um eins rauf. Zählerbausteine kennen wir noch nicht, werden wir demnächst aber kennenlernen. Dann würde ich in dem Fall mit einer Lichtschranke auskommen. Was ich dann aber nicht habe, ist die Information, in welcher Richtung ist der Wagen gefahren. Dazu brauche ich zwei Lichtschranken und muss die beiden Lichtschranken-Signale entsprechend auswerten. Deswegen sehen Sie, habe ich hier eine Lichtschranke S1 und eine Lichtschranke S2, die relativ nah beieinander sind. Beide Lichtschranken sollen so geartet sein, dass sie, wenn sie unterbrochen sind, logisches Nullsignal liefert, weil eben das Lichtsignal nicht auf Empfängerseite ankommt. Wenn sie nicht unterbrochen sind, liefern sie logisches 1-Signal. Und jetzt gucken wir uns beide Fahrtrichtungen mal an und versuchen zu erkennen, wie die Auswertung funktionieren kann. Also wir stellen uns zunächst mal vor, der Wagen fährt von links nach rechts. Dazu gehört hier das untere Diagramm. Sie sehen oben jeweils die linke Lichtschranke S1. Eins Pegel heißt, die Lichtschranke ist nicht unterbrochen. Null Pegel heißt, sie ist unterbrochen. Unten das gleiche für die rechte Lichtschranke S2. In der aktuellen Wagenposition sind beide Lichtschranken nicht unterbrochen. Ich befinde mich also ganz links hier in meinem Zeitdiagramm. Beide Lichtschranken liefern den Sensorwert 1, weil sie nicht unterbrochen sind. So, jetzt fährt mein Wagen nach rechts. In dem Moment, wo er die linke Lichtschranke passiert, geht hier das Signal S1 auf 0. Das Signal S2 bleibt noch auf 1, weil er noch nicht bei S2 weiter angekommen ist. In dem Moment, wo er jetzt S2 erreicht, geht es bei S2 von 1 auf 0. Sie sehen hier, ist schon eine Flanke eingezeichnet, die brauchen wir gleich. Und jetzt sind beide Signal 0, solange bis er mit dem Heck aus S1 rausfährt. Das wäre im Prinzip an dieser Stelle. Und dann fährt er mit dem Heck aus S2 raus. Das wäre an dieser Stelle. Nicht bedeutet, Fahrtrichtung A von links nach rechts liefert ein Signal S1 ist 0 und S2 fällt von 1 auf 0 fallende Flanke. Nämlich in dem Moment, wenn der Wagen hier mit seiner Front S2 passiert. Das ist genau dieser Zeitpunkt. Wie sieht das aus in der anderen Fahrtrichtung? Fahrtrichtung B von rechts nach links. Also wir stellen uns jetzt vor, der Wagen startet hier, fährt von rechts nach links. Jetzt gucken wir auf das rechte Diagramm. Irgendwann erwischt er mit seiner Front die erste Lichtschranke, also die zweite Lichtschranke von links betrachtet, S2. S2 geht auf 0. Das ist dieser Zeitpunkt. S1 ist noch nicht unterbrochen. Da sind wir noch hier auf logisch 1. Er fährt weiter. Irgendwann erwischt die Front Lichtschranke S1. Jetzt ist S1 auch unterbrochen. Das ist dieser Zeitpunkt. Jetzt sind beide unterbrochen. Er fährt weiter nach links. Irgendwann geht das Heck aus Lichtschranke S2 raus und Lichtschranke S2 ist nicht mehr unterbrochen. Das ist genau dieser Zeitpunkt. Das heißt, an S2 habe ich eine Flanke von 0 auf 1. Das ist der Zeitpunkt, wo er, wenn er von rechts nach links fährt, mit dem Heck aus S2 rausfährt. S1 ist noch unterbrochen, S2 nicht mehr. Das ist dieser Zeitpunkt. Jetzt sehen Sie, jetzt habe ich hier eine Kombination. S1 ist 0. Das hatte ich hier auch. Aber es tritt eine steigende Flanke auf. Das ist das, was ich jetzt abfragen kann. Es macht keinen Sinn, hier abzufragen, wann sind beide Lichtschranken 0. Dann weiß ich zwar, dass der Wagen beide Lichtschranken überdeckt. Ich weiß aber nicht, aus welcher Richtung er kam. Für die Richtungsinformation muss ich abfragen, was mein Signal S2 macht. Fällt das oder steigt das? S1 muss 0 sein, damit der Wagen auf jeden Fall S1 unterbricht. Wenn S2 in dem Moment fällt, ist der Wagen von links nach rechts gefahren und hat mit der Schnauze hier vorne S2 unterbrochen. Dann weiß ich, es war eine Fahrt in Richtung A. Wenn S1 unterbrochen ist und S2 steigt von 0 auf 1, dann weiß ich, er kam aus Fahrt Richtung B und hat mit seinem Heck die Lichtschranke S2 wieder freigegeben. Damit kann ich beide Fahrtrichtungen unterscheiden und das muss ich jetzt nur noch in Anführungsstrichen programmieren. Also ich habe eine auswerte Bedingung für Fahrtrichtung A. S1 ist 0, S2 hat eine fallende Flanke und ich habe eine eindeutige Auswertung für Fahrtrichtung B von rechts nach links. S1 ist 0, S2 macht eine steigende Flanke. Das kann ich auswerten und dann kann ich erkennen, in welcher Richtung er die Lichtschranken passiert hat. Und für diese Flankenauswertung, da brauche ich jetzt den passenden Baustein. Und dazu gibt es diesen Baustein, diesen Flankendetektionsbaustein in zwei Versionen, nämlich einen Baustein, der steigende Flanken erkennt und einen Baustein, der fallende Flanken erkennt. So, was wollen wir jetzt programmieren? Dazu gucken wir uns unser Anlagenmodell virtuelle Fabrik wieder an. Und da sehen Sie, da gibt es hier unten links ein Teil, das soll eine Lkw-Zufahrt darstellen. Da werden also gleich Lkw-Zufahrt reinfahren in die Fabrik und rausfahren aus der Fabrik. Ich habe hier meine beiden Lichtschranken B18 und B19. Das ist das, was hier S1 und S2 war. Und ich habe hier zwei Anzeigeleuchten, P3 und P4. P3 soll mir signalisieren, es ist ein Wagen reingefahren, von links nach rechts. Das ist das, was Fahrtrichtung A war. Und P4 soll mir anzeigen, es ist ein Wagen rausgekommen. Das ist meine Auswertelogik. Die werden wir dann später mit einem Zähler verknüpfen. Das sehen Sie schon hier drüber. Das machen wir in einem anderen Tutorial. Um anzuzeigen, wie viele Lkw im Augenblick im Inneren der Fabrik sind. Das machen wir heute noch nicht. Wir wollen nur die Anzeigen steuern. Also, wir wollen folgendes machen. Sobald erkannt wird, dass ein Wagen reingefahren ist, also Fahrtrichtung links nach rechts, soll P3 leuchten und anbleiben. Solange bis erkannt worden ist, dass ein Wagen rausgefahren ist, dann soll P3 ausgehen und P4 leuchten. Solange bis wieder eine neue Auswertelogik erfolgt ist. Also, unsere Eingangsgrößen sind die beiden Lichtschrankensignale B18, B19. Ansteuern wollen wir die Anzeigelampen. P3 für Fahrtrichtung rein in die Fabrik und P4 für Fahrtrichtung raus aus der Fabrik. Wie sieht das Programm dazu aus? Ich zeige Ihnen zunächst das komplette Programm und dann probieren wir es aus. Das hier ist das Netzwerk für die Erkennung, dass ein Wagen in die Fabrik reingefahren ist. Also Fahrtrichtung von links nach rechts, Fahrtrichtung A. Da müssen wir abfragen, linke Lichtschranke 0, rechte Lichtschranke, fallende Flanke. Und für diese fallende Flanke gibt es einen Block, der nennt sich F-Trick. Das F steht für Falling, also negative fallende Signalflanke erkennen. Das Ding hat einen Clock-Eingang, das ist das Signal, was ich auswerte, mein Lichtschrankensignal. Und wenn eine fallende Flanke erkannt wird, dann wird am Ausgang für ein Zyklus ein Signal erzeugt. Also das ist mein Flankendetektor für eine fallende Flanke. Den Baustein finden Sie unter den Bit-Verknüpfungen. Da sehen Sie, F-Trick gibt es und R-Trick gibt es Rising für steigende Flanken. Die brauchen wir dann gleich noch. Also das ist unsere Flankenerkennung. Und jetzt muss ich meine Signalkombination abfragen und das macht jetzt dieser Umbaustein. Die linke Lichtschranke muss 0 Signal liefern. Die rechte eine fallende Flanke. Linke ist B18 in unserem Modell. Das ist unsere linke Lichtschranke. B18 muss also 0 sein und es muss eine negative Flanke an B19 sein. Negative Flanke B19 war der Ausgang dieses Flankendetektors. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich ein zufahrendes Fahrzeug erkannt. Das geht hier in den Merker, den brauchen wir noch. Und dann wird das Lämpchen P3 über einen Flipflop eingeschaltet. Also das ist die Auswertung der Lichtschrankensignale. Die liefert ein Signal Zufall erkannt, was das Flipflop setzt und damit mein Lämpchen P3 einschaltet. Da ist es. Zurückgesetzt wird das Lämpchen, wenn ein ausfahrendes Fahrzeug erkannt wird. Und das ausfahrende Fahrzeug wird jetzt im zweiten Netzwerk erkannt. Das sieht genauso aus wie das andere, macht aber jetzt die andere Fahrtrichtung. Also gleiche Struktur, aber jetzt muss ich eine steigende Flanke erkennen. Das war ja hier der rechte Teil. Also S1 muss 0 sein, S2 muss eine steigende Flanke haben. Deswegen hier der Baustein Airtrick. Der macht also Erkennung einer steigenden Flanke. Sehen Sie, wenn ich hier draufgehe, positive Signalflanke. Abgefragt wird auch B19, Ausgangssignal, positive Flanke an B19. Das wird wieder unverknüpft mit B18, ist 0, genau wie hier oben. Das Ausgangssignal heißt ausfahrendes Fahrzeug erkannt, also Fahrtrichtung von rechts nach links. Setzt die Anzeigelampe P4 für ausfahrendes Fahrzeug. Das Flipflop wird zurückgesetzt, wenn ein einfahrendes Fahrzeug erkannt ist. Wenn ausfahrendes Fahrzeug erkannt ist, wird P3 zurückgesetzt, sofern es geleuchtet hat. Also die Lampen wechseln sich praktisch gegenseitig ab. So sieht unser Programm aus. Nicht relativ kompliziert auf den ersten Blick, aber wenn man das Prinzip verstanden hat, ist es eigentlich relativ einfach. Beide Netzwerke sind im Prinzip symmetrisch. Probieren wir es aus. Ich übertrage das Ganze. Also einmal starten in meinen Simulator. Der Simulator läuft schon. Ich hole ihn mal eben wieder nach oben. Und wir können unser Programm ausprobieren. Also ich starte mein Modell. Und jetzt kann ich über diese Taster Fahrzeuge ein- und ausfahren lassen. Ich lasse zunächst mal in einen LKW reinfahren. Jetzt sehen Sie, wie die Lichtschranken unterbrochen werden. Und es wurde ein einfahrendes Fahrzeug erkannt. Deswegen leuchtet P3. Lassen wir ein Fahrzeug rausfahren. Jetzt wird ein rausfahrendes Fahrzeug erkannt. Aber erst in dem Moment, wenn das Heck praktisch die hintere Lichtschranke passiert hat, jetzt. Und jetzt zeigt er mir P4 an. Lassen wir nochmal einen LKW rausfahren. Dann dürfte sich an der Anzeige nichts ändern. Beide unterbrochen. Und wenn jetzt hier hinten steigende Flanke auftritt, wird P4 gesetzt. War es aber sowieso schon. Deswegen bleibt es an. Jetzt lassen wir wieder einen Wagen reinfahren. Erste Lichtschrank unterbrochen. Fallende Flanke an der zweiten. P3 geht an. Also Sie sehen, das Erkennen des einfahrenden Fahrzeugs. Solches ist immer früher, weil es nämlich schon dann erkannt wird, wenn die Front die hintere Lichtschranke passiert. Beim Rausfahren muss das Heck die hintere Lichtschranke verlassen. Das Rausfahren wird also später erkannt als das Reinfahren. Wir lassen nochmal einen rausfahren. Jetzt sind beide unterbrochen. Und wenn jetzt die hintere Lichtschranke verlassen wird, dann wird erst erkannt, dass es ein Ausfahrendes ist. Das Einfahrende wird schon erkannt, wenn die hintere Lichtschranke mit der Front erwischt wird. Sehen Sie, jetzt ist so direkt P3 erkannt. Nicht so funktioniert diese Richtungserkennung auf Basis zweier Lichtschranken mit Auswertung durch Flankendetektoren. Genauso geht das im Prinzip beim Motor. Wenn Sie die Drehrichtung eines Motors erkennen wollen, machen Sie das dementsprechend genauso. Auch da brauchen Sie im Prinzip zwei optische Sensoren, Lichtschranken oder zwei magnetische Sensoren. Einen fragen Sie auf statisches Pegel ab, auf statischen Pegel ab und den zweiten Sensor fragen Sie auf positive oder negative Flanke ab. Gucken wir uns abschließend noch an, wie das Ganze bei dem Logo aussieht. Im Prinzip genauso, nur die Bausteine heißen etwas anders. Dazu, ja das habe ich noch nicht gestartet, das müssen wir mal eben machen. Das ist also das entsprechende Programm. Machen wir es mal ein bisschen größer hier. Den PLC-SIM brauchen wir nicht mehr. Das ist im Prinzip die gleiche Struktur wie gerade in unserem TIA-Portal. Die Flankenerkennungsbausteine finden Sie bei der Logo bei den Grundfunktionen. Und zwar gibt es da einmal einen Unbaustein, der eine Flankenerkennung macht und einen Nicht-Nennt-Baustein. Der Unbaustein erkennt steigende Flanken, das ist der. Der Nennt-Baustein erkennt fallende Flanken. Dabei brauchen Sie nur den ersten Eingang zu benutzen. Also die anderen Eingänge können frei sein, braucht man nur für komplexere Anwendungen. Also dieser Baustein hier macht das, was bei unserem TIA-Portal dieser F-Trick-Baustein gemacht hat. Also fallende Flanken. Und der Baustein hier, das ist der Endflankenerkennungsbaustein, macht das, was bei unserem TIA-Portal hier der R-Trick, also steigende Flankenerkennungsbaustein macht. Ansonsten haben wir auch hier unsere beiden Flip-Flops, wir haben hier unsere beiden Unverknüpfungen und entsprechend Ausgänge und Eingänge. Also gleiche Struktur, nur die Flankendetektoren-Baustein heißen etwas anderes. Ja, soviel zum Thema Flankendetektoren. Sie brauchen die nicht nur für Richtungserkennung, aber Richtungserkennung von Bewegungen ist eine typische Anwendung. Im nächsten Tutorial werden wir das Beispiel dann fortführen. Da werden wir dann nämlich eine tatsächliche Verkehrszählung machen. Da werden wir also Zählerbausteine kennenlernen und werden diese Zählerbausteine dann entsprechend über diese Flankendetektoren ansteuern. Für heute war es das. Besten Dank für Sue. Vielen Dank. Vielen Dank.